Ich kann nichts Auffälliges entdecken. Sieht aus wie ein kerngesundes Baby. Bist du glücklich? Mehr als alles andere. Wir haben übrigens neue Nachbarn. Ein paar vom Land. Hi. Hi. Frag mich, warum du sie eingeladen hast. Sie meinte, sie kennen noch niemanden. Ich weiß nicht, sie wirkt irgendwie geheimnisvoll. Hast du dich in sie verliebt? Die sind für euch. Oh, danke. Wie lange seid ihr schon ein Paar? Meiner zehn Jahre. Wieso habt ihr noch keine Kinder? Um ehrlich zu sein, wir waren uns nicht sicher, ob wir Kinder wollen. Ich war mir immer sicher, dass ich Kinder will. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Gibt's ja auch wirklich gut. Aber ja, es geht. Frühe meine Frau nicht an! Wir bedauern aufrichtig, was wir damals zu euch gesagt haben. Er ist unser Sohn. Das ist alles, was zählt. Ich könnte die Billy ab und zu abnähen. Nur für ein paar Stunden, damit du mal eine Pause machen kannst. Oh, du übertreibst es. Er hat Schmerzen. Ich weiß, was ich will. Und was ich will, bekomme ich auch. Ich lasse dich weiter machen. Ich glaube, dass du nicht gesehen hast, was du glaubtest zu sehen. Ich habe dich mit ihr flirten sehen. Hier war jemand. Wir müssen sofort umziehen. Glaubt mir, so ist es viel besser. Hi, Baby. 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 Hi, Baby.